ist bewaffnet die dixon ist auch nicht bewaffnet dann folgt mir mal jungs ach so schlimm ist es noch nicht die schlossen ballert trotzdem noch munter vor sich hin die hier ein gut Oh nein Das Vieh ist ja auch noch da Leute, Beeilung Hopp 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 Ja geht Ist das ein Sonntagsspaziergang oder was? Kann ich euch mal gegenseitig hochheilen Oh, jetzt gibt es auch noch Panik Oh ne Dankeschön Ähm, Dickson Ne, nicht Dickson, der andere Äh Ich brauch doch nur deine Waffe Was bringt mir das hier? Hätte ich gewusst, dass er die ganze Munition verschießt, ohne was zu bewirken, ne? Wir sind im Eimer Das sieht zwangsläufig lustig aus, Junge, aber es bringt uns nicht weiter Was ist das? Wir sind alle vollgeheilt Moment, ich muss nicht mal woanders einsperren Komm mal rein da Gut, das war der erste Äh, aber hier ging es nix um mehr hin, oder? Hm Oh Nein Moment, komm mal mit Komm mal mit rein da Oh, nicht vor der Tür schaltet, aber auf der Gut, auch den haben wir eingesperrt Ich weiß jetzt mal, wir müssen jetzt In dem Riesenbaby voran Na komm Komm mal mit Na super, jetzt bin ich festgehangen Geh mal wieder rein da Kotzen kannst du dich da drin auch Gut Ich gehe gerade, bevor ich ihn Oh Nachts höre ich Dinge, die mir wirklich Angst einjagen Es ist alles so verrückt Daran verschwinden Leute, aber ich weiß nicht warum Was geschieht hier mit uns? Warum werde ich festgehalten? Ich muss hier raus Hinten in meiner Zelle ist eine Platte, möglicherweise ein Zugang zu einem Luftschacht Wenn ich sie nur aufbrechen könnte, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering Ich bezweifle langsam, dass es eine Chance zum Überleben gibt Ich brauche wohl einen Zugangscode Hm Mit der richtigen Schalterfolge kann ich das Sicherheitstor vielleicht deaktivieren Oh ja, da habe ich eine Waffe Oh Muss ich das jetzt alles normal machen? Nun gut Eins war schon mal richtig, ne? Moment, ich habe hier gespeichert In den Wohnquartieren Da sind mir meine Leute noch Freundlich gesinnt Wer kommt denn da? Na komm halt rein da Na komm Soldat, raus da Komm raus da Jetzt liegt die Waffe da drin Hab ich mir die Medikids geholt? Ja Jaja, ist gut Jetzt muss ich komplett neu angehen Ich habe keine Waffe Komm mit Dickson Oh, hier hätte ich auch ein Vieh einsperren können Vielleicht sollte ich nochmal neu anfangen Jetzt muss ich nochmal neu laden Vielleicht muss ich nämlich dich freilassen Au Da kommt das Vieh bald an? Raus hier, komm Super Gut Ich hoffe, ich brauche den Medik nicht Er kommt Das müssen wir mal der Vorstellung ganz halber noch lesen Dann speichern wir mal neu ab Dann geben wir die Speicherplätze aus Ja, ist in Ordnung Bereich scheint sicher Nun gut Der ist in Ordnung, der ist nicht in Ordnung Ja gut Probieren geht über studieren Hätte ich doch den vierten genommen Äh, Hauptmenü Laden Wohnquartiere Ich bin okay Da kann es ja nur noch eine Variable geben, oder? Mit der richtigen Schalterfolge kann Dankeschön Oh nein Bitte sag mir, dass hier irgendwo die Waffenkammer ist Au Na gut, ich brauche gar nicht versuchen, die Einzelsperren Du hast auch keine Waffe Äh, nein Äh Hast du eine Waffe? Wo ist meine Waffe? Ja, hier anscheinend nicht Oh, Moment mal Ja, ja, ich bin gleich wieder da Ich gucke, die Viecher bringen die nicht um Hey, ja, 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 ja Habe ich sie alle? Ähm Ähm Na gut Da müssen halt wieder ein paar Leute draufgehen Den hier vielleicht abstellen sollen Oh, hi Ähm Leider kein Medikitt für dich Ist da oben vielleicht ein Medic? Hey Fisk Ich bin total im Arsch Hey Stanmore Dass da keine Medikits drin sind Ist ja auch eine Katastrophe Wo ist meine Waffe? Äh Ja, das sind die Bezeichnungen des Des-Objekte Oh Dankeschön Ah Spilladen Und Quartiere Ich bin okay Ach guck mal Der ist hier Der Reich scheint sicher Hier sind wir stehen geblieben Alles klar Eins Zwei Komm mal mit Du Okay Wartest hier Ah, jetzt sind hier welche drin Oh, hoppala Guck mal Nun gut Einer nach dem anderen Ich triggere euch nicht alle Okay Hmm Lässt du dich mal bitte treffen? Nochmal einer weniger. Ich hab ihn erwischt. Guck'n wir mal. Mal kurz an der Nase kratzen. Oh, da ist ja noch mal eins. Oh, da ist ja noch mal mehrere. Oh ne. Oh ne. Ich bin mal weg. Au. Guck mal rein da. Na komm. Ähm. Ja komm, da muss ich dich halt wieder reinbringen. Äh. Ist das kompliziert. Komm mit, du kleiner Fratz. Komm mit. Komm mit. Pupupupupi. Pupupupupu. Wer hat das gesagt? Da ist ja noch mal eins dieser Viecher. Da sind jetzt bitte alle gespawnt. Da ist ja noch mal eins für draußen. So nicht. Bleibt da mal bitte drin. Lasst euch abknallen. Was hast du mit dem Vieh gemacht? Hast du es despawnen lassen? Du bist einfach mal draufgetreten. Irgendwas zu treffen ist mit dem Teil aber auch schwierig. Waren das jetzt hoffentlich mal alle? Oh, guck mal. Weil das halt ja schon immer da. Was habe ich da gemacht? Ich weiß es nicht. Schatz mal, hier muss ich durch. Von der aus kann ich halt nicht reinballern. Zelle 5 ist leer. Du. Mitkommen. Du kommst auch mal mit. Ich ja gut. Die haben aber alle einen schwachen Magen, ne? Wo ist denn der andere Boy? Oder darf ich nur maximal einen Techniker haben? Oder wie? Oder was? Oder wer? alles klar? Hm. Gib mir ne Waffe. Ich hab keine Waffe. Ich wüsste zwar wo eine liegt, aber... Die bringt uns schmerzlich wenig. Ja, ich weiß, dass ich da oben durch muss, aber haut halt nicht hin, wenn ich nicht feuern kann. Kann ich hier durchschießen? Ah, so, da sind Leute. Letzter Speicherplatz. Ich wollte auch nur mal sicher gehen, dass ich hier nichts überschreibe, was ich vielleicht noch später brauchen könnte. Ich hoffe, dass da jetzt keine Viecher drin sind. Kommt hier mit? Ähm, Leuchtgranate. Ein herzliches Dankeschön an Mistress Luna und die Kanalmitglieder für euren Support. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ihr seid spitze. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.